Guten Tag, hier spricht Professor Christian Drosten mit dem täglichen Corona-Update. Ich befinde mich derzeit auf Forschungsreise in Österreich, wo ich gemeinsam mit meinen Kollegen vom AKH Wien untersuche, inwiefern die flächendeckende, polizeilich umgesetzte Beschallung mit dem Welthit I'm from Austria zur Immunisierung der Bevölkerung beiträgt. Bisher offene Ergebnislage. Als vielversprechender erachten wir nach derzeitigem Wissensstand die Beschallung mit dem Daheimbleibblues der Wiener Gruppe Moll, den ich Ihnen nun im Dienste der Wissenschaft zum Vortrag bringen möchte. Nehmen Sie teil an diesem bahnbrechenden Experiment. Ich bitte Sie um aufmerksame Selbstbeobachtung sowie um eine akkurate Beschreibung und kompakte Zusammenfassung derselben im dafür vorgesehenen Kommentarfeld. Ich persönlich, Prof. Christian Drosten und wir von der Berliner Charité unterstützen ausdrücklich Kai-Anne-Schumachers Initiative zum Hervorbringen und vor allem zum Konsum von keimfreier Kunst. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ihr Prof. Christian Drosten Wir haben so viel Philosophie und jetzt ist es leider wahr. Wir haben so viele Sachen jongliert, jetzt liegen sie in Scherben da. Und damit dir die Zeit gut vergeht, ist mir ein kleines Lied eingefallen. Und das ist der, das ist der, der Heimbleibbus, der jeder Sohn daheimbleiben muss. Da geht die Welt ein bisschen unter, und wie geht das alles aus? Aber haut's uns nur hinunter, steh mal stärker wieder auf. Und das ist der, der Heimbleibbus, der jeder Sohn daheimbleiben muss. Und damit dir die Zeit gut vergeht, ist mir ein kleines Lied eingefallen. Und das ist der, der Heimbleibbus, der jeder Sohn daheimbleiben muss. Da geht die Welt ein bisschen unter, wie geht das alles aus? Aber haut's uns nur hinunter, steh mal stärker wieder auf. Und haut's uns nur hinunter, steh mal stärker wieder auf. Und das ist der, das ist der, der Heimbleibbus, der jeder Sohn daheimbleiben muss. Da geht die Welt ein bisschen unter, und wie geht das alles aus? Aber haut's uns nur hinunter, steh mal stärker wieder auf. Und haut's uns nur hinunter, steh mal stärker wieder auf. Und haut's uns wohinunter, stehen wir stärker wieder auf. Und haut's uns wohinunter, stehen wir stärker wieder auf. Vielen Dank. Bleiben Sie keimfrei. Bleiben Sie gesund.